Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute der Abend, fach ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mountgat präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns nicht im Game holen können, aber über den Shop. Und zwar haben wir hier dieses Fuchs Mount und das schimpft sich einmal Zwielichtshimmelstreuner. Davon gibt es auch eine helle Variante, die wir aktuell im Februar 2024 im Handelsposten kriegen können oder eventuell auch noch später. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, kommt es nämlich dann auch wieder. Dieses Mount hier kriegt ihr wie gesagt im Shop und zwar ist das ein Bundle, ich kann es euch jetzt hier mal reinziehen. Wir haben einmal ein Bundle, da kriegt ihr zum einen das Mount hier und ihr kriegt noch das Set. Das besteht aus einigen Teilen, ist halt quasi ein Komplett-T-Mock, außer den Rücken, der ist glaube ich nicht dabei. Und ja, ihr seht, das Set habe ich jetzt auch mal für euch geteemockt, ist auch ein bisschen freizügig. Sieht wahrscheinlich an den weiblichen Charaktere besser aus als an einem männlichen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Mount noch ein bisschen an. Das kann nämlich auch, wie ihr seht, fliegen, hat dann hier diese schicken Flügel raus und ja, macht tatsächlich schon was her. Das Ganze habt ihr ja gesehen, kostet 30 Tacken, da muss sich jeder quasi überlegen, ob es das einem wert ist. Ich als Sammler kaufe mir sowas natürlich schon, weil ich meine Sammlung komplett haben will. Und ja, das ist einmal dann das komplette Set, nochmal zum Angucken. Übrigens, es gibt ein helleres Set, das könnt ihr euch im Handelsposten zusammen kaufen. Das sieht quasi genauso aus, bloß in helleren Farben. Und im Handelsposten gibt es sowohl fürs helle als auch fürs dunkle Set noch Waffen. Die habe ich aber in einem anderen Video schon vorgestellt. Ich meine, glaube ich, auch einen Mountguide, wo ich einmal das hellere Mount vorgestellt habe. Und zwar hier den ausgefuchstes Freundchen. Das ist diese Variante und die hat natürlich auch so Flügel wie die dunklere. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht, was ich euch jetzt hier zeigen kann. Und ja, damit sind wir schon am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!